so da sind wir wieder zu einer weiteren folge slam ranger und ja mal schauen was uns heute so der tag oder die aufnahme bringt und ja wir gucken einfach mal genau wir brauchen erst mal wieder geld scheiße das blaue möchte ich natürlich einsangeln die darüber gesprungen wirklich gerne essen wollen die heute wohl nicht so ich hab mir sagen lassen wir brauchen einen garten der wilde wuchs nein hier äh komm garten kauf fruchtbarer boden kaufen ja gut muss ich erst mal wieder money machen das heißt wir gehen wieder etwas durch ach bin ich bescheu ich hab doch dort noch blaue aber gut hier kriege ich nichts da auch nicht ich will das geld haben mehr nicht so irgendwo fliegt doch noch ein bisschen was rum hier sprinter stiefel ok ich habe jeden fall interessant an hier 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 Das gelbe hätte ich dann doch schon gerne. So. Hier, hallo? Da. Ah, blaues! So, und einmal zurück. Wir wollen unseren Garten auf Vordermann bringen, dass wir uns ein paar Slimes züchten können. Na gut. Ähm, du hast einen Garten angelegt, ja, das weiß ich. So, da haben wir wieder 800 Kröten. Ähm, wir kaufen erstmal die da. Und jetzt brauchen wir wieder Money. So, da oben, die Früchte sind auch gewachsen beim Baum. Ja, läuft. So, gehen wir natürlich wieder ein paar bessere Tierchen füttern damit. Und auch wenn die Pinken etwas bringen, die Blauen geben mehr Geld. Oh, oh. Scheiße. Ui, da war's weg. Jetzt, ach hier, die Küken nehmen wir natürlich hochkleinig. Für unsere Katzen-Slams. Oh. Um. Oh, so said that. Oh. 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 Komm, kackt das Geld aus. Oh. Oh. Was war das? Kackt euer Geld aus! Oh! Ne, hier gibt es nichts mehr. Haben die hier noch etwas fallen gelassen? Scheint mir nicht so. Ja, ich habe einen Garten angelegt. Schön, ähm. Essen die gar nicht. Ich dachte die wollen Chicken Nuggets haben. So. Ähm. Kaufen wir. Oh. So, hier werden wir noch produziert. Das, 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 das. Ja komm, kackt mir das Geld aus. So, wenn ich will, der hat schon. Ähm, so weiter geht's. Na ja, aber noch ein bisschen leuchtet. Okay, du warst der Erster. Ja. Sehr gut. Ähm, ja. Ach ja. Ach ja und ich habe mir noch was sagen lassen. Dazu brauche ich jetzt aber wieder Futter für die Viecher. Ähm. Ne, das machen wir dann ein andermal. Dann gehen wir nämlich wieder zum Mama Slime. So, alles klar, du bist K.O. Gang, arbeiten will nicht ausrunden, bla bla bla. Ja, das war so jetzt nicht geplant. Aber gut. Das hier bringt krall. Ja gut. Money ins Haus. Ja, das ist gutes Geld. Wir wollten aber Wander-Sinn. Wir wollten aber Wander-Sinn. Kackt mir das Geld aus. Ja. Sehr schön. Ähm. Genau. Ja. 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 Wir sind nur sehr selten. Aber einfahren kann ich dir leider nicht. Das ist schade. Ja. 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 Ja.